Herzlich willkommen zurück bei ZGuides. In diesem Video geht es um die 33, das Sucher Medaillon 33. Ich befinde mich immer noch wie beim letzten Video, nördlich von Redworth und ich gehe hier raus, bis zu dieser Kreuzung. Bei dieser Kreuzung gehen wir aber über diese Brücke und dann noch eine Brücke. Über zwei Brücken müsst ihr gehen. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Bam, so. Wunderbar ist nur eine Brücke, weil die zweite Brücke ist kaputt. Jetzt drehen wir uns hier um und gehen hier hoch. Das ist diesmal ganz simpel und es liegt einfach hier. Ich habe ja wieder mal vergessen, ein Foto zu machen. Ach, bin ich gut. Ich bin so gut vorbereitet. Sorry, muss ich wieder mitnehmen. Ah, sieht doch cool aus. So eine komische SM-Maske. Entschuldigt meine, ja, ich bin etwas irgendwie krank. Aber das hält mich nicht davon ab, hier Videos zu machen. Und zwar, boop. Suche bei der Jungen 33. Das war es schon. Ich zeigte mal auf der Karte genau, wo ich bin. Hier. Das war sinnlos. Hier. Hier bin ich. Je nachdem, wo ihr lang geht. Ob jetzt von hier. Ihr könnt über die Brücke übrigens drüber springen. Das ist weit genug. Jetzt aber danke fürs Zusehen. Lass den Abo da und nicht so verpassen. Ihr könnt sogar ein Mitglied werden dieses Kanals. Wenn ihr das wollt, haut rein. Ciao, ciao.